hallo leute zur nächsten folge portal 2 mit dem tiber wir machen wir ein paar koop kammern und starten diesmal mit fanship is magic durch genau setzt die ersten richtigen koop kam kann man so zu sagen das letzte mal nur ein paar rennen gelaufen und das sieht schon mal sehr nicht portalig aus lustig jedenfalls hier was zu fliegen übrigens sind diese fanship is magic kann man insgesamt circa 70 stück also also schon mal hier nach oben wir werden sehen wie viel wir davon machen ja da muss auch kann man schon mal hoch fliegen aber da passiert nichts das ist ja blockiert ja man fällt da drauf hier ist ja auch noch ein punkt guck mal die sind alle markiert hier sind so zwei ich denke mal stark dass wir die irgendwie deaktivieren müssen ich springe mal rüber ich weiß nicht ich nehme das andere was auch wtf wo bin ich vielleicht sollte man die partnerperspektive aktivieren ich auch gerade gesehen dass ich vergesse das kommando jedes mal okay denke eigentlich nicht so schwer sollte man denken was habe ich hier gemacht warum bin ich hier so also ich habe hier in dem raum ich habe hier den knopf ich drücke einfach mal drauf kann man endlich reden bei dem spiel nein ich komme mal zu dir also wenn du es irgendwie schaffst in meine in meiner kamera kommt allein wobei halt ich kann hier bist da drüben ja ach schau mal ich kann hier die laser deaktivieren ist das richtig müssen wir das so machen kannst du hier den laser irgendwie rüber bekommen zu mir sehr gut ist ja gut warte mal dann kann ich hier bestimmt das ding hier nehme ich habe nämlich fast womit wo ich tut sich jetzt was bei dir ja ich habe so ich habe ein würfel aber was mache ich mit dem würfel irgendwie rüberbringen nee nee ich habe eine würfelplattform also ein würfel knapp drückte knöppchen zack ach und hier ist der punkt genau jetzt ist okay das heißt wir haben das eine schon mal offen das eine offen wie komme ich uah ich komme hier wieder zurück auf so komme ich zurück okay gut das läuft ja nicht schlecht hier hat sich glaube ich was geöffnet ich weiß nicht ob das hier vorher schon da war du hast bestimmt wo du damit zurückkommst man kann ich kann auf jeden fall ja genau ich kann jetzt erst hier drauf stellen ich kann den jetzt hier drauf stellen dann kann ich zumindest gefahrlos zu dir rüber kommen also zu anderen kann man rüber kommen oder laser ist du bist doch da jetzt da oben drinnen oder geh noch mal zurück dann nach rechts da bist du jetzt da oben drinnen hallo ah schau mal ja da jetzt kann ich an den aber kommen sogar an beide schalter hin ja warte mal die war nicht ganz gerade sorry ich kann ja auch vielleicht auch nach oben ups was ist denn hier los jetzt so moment ja und vorsicht das andere kommt au ah misst ich habe daneben geschossen das muss man nochmal machen das ist ein zeitschalter schon mal da ja ein zeitschalter ja hallo na endlich wo ist er wo ist er wo ist er und jetzt schnell woher ach ich schau mal wir haben jetzt da oben hä nein das stimmt schon komm mit komm mir nach ach so das sind jetzt zwei wurfel begleiter kompanien kubus bitte komm mit uns mit ich liebe dich ja warst du es schon ähm ja hey ja das ging doch ganz gut vier minuten freundlich bis magic das war zwei gut gut für die erste kammer gibt es irgendwie gar nicht mehr ne aber egal hängen chronologisch nicht miteinander zusammen also ist es nicht so wichtig wir machen jetzt einfach ein paar freundlich bis magic 3 kommen oh ist sogar das direkt drauf folgende ja bei mir sind die so bei mir sind die gleich so geordnet deswegen kann ich gleich nächste kammer machen sehr schön woho ja das wird bestimmt noch richtig schwer werden mhm grad ist es kommen ist die frage ob es auch einen steigenden schwierigkeitsgrad haben ok hier haben auf jeden fall wesentlich mehr portalraum viel mehr und wir haben einen laserwürfel so remote view aktiviert oh ja zack jetzt haben wir die qual der wahl durch mit dem würfel ja aber wir können den ja schon mal hier irgendwo rein stellen was macht das ne der aktiviert die nicht doch ach da brauchen wir zwei vier das passiert gar nichts nein wir haben nur einen warte mal doch hier drück mal da drauf was passiert dann ja nee dann geht der andere weg löst ja definitiv ja warte mal wir können auch das hier versuchen mal hier ist so ein blaues x hier oben ach so wir können mal den hier benutzen vielleicht geht es dann runter stimmt bei dem anderen der zwingt da rein oder geht das ne es geht nicht auf dachte wir hätten jetzt dann vielleicht aber hm ich geh mal hier hoch ah da ist er oh komm mal mit da sind zwei schalter ja ich komme hab ich gar nicht gesehen ja ich auch nicht drei zwei eins ja ah so ok schon wieder ups ja geh mal raus hat sich da jetzt irgendetwas verändert ja auf jeden fall habe ich drinnen schon eine Zeitscheibe ohne gesehen also wir haben jetzt das hier aktiviert ach der Würfel kommt hier nicht raus scheiße nein also du musst auf jeden fall schon noch da draußen was geht weil ich kann nicht durchs Auflösungsgitter sonst ist hier dieser Knopf hier weg ja ich hab jetzt hier den Laser ok und du hast nein nein das stimmt schon den habe ich da rein getan nein das ist gut schau mal nein geh nochmal zurück geh nochmal zurück das stimmt schon das stimmt schon schau mal du hast da unten so ne so ne Dings wo du es rein machen kannst ja das ist aber aber das müsste hier hin das Ding ist warte mal kurz geht er jetzt weg ist er weg der Laserstrahl ne ne der war hier schon vorhin oder ne jetzt ist er weg nein nein das ist schon der hier der war noch nicht vorher da ach so der geht an wenn du das hier an hast ja hier das heißt ich komm hier nicht raus muss hier drinnen bleiben wegen den Portalen hier ja nee hä oh Moment mal doch du kannst den du kannst doch den Würfel nehmen oder wenn ich den Würfel hier hin mache geht das Ding weg nein nein aber ich weiß ich hab ne Idee ich hab ne Idee ich hab ne Idee du kannst den Würfel nehmen und damit den Laserstrahl umlenken warte mal der kommt gleich du kannst ein Portal am Ende des Laserstrahls machen und auf Bodenebene am Ende des Laserstrahls und auf Bodenebene dann kannst du den Würfel nutzen um ihn zu verschieben und in dieses andere Laserstrahl Ende hinein zu tun damit kriegen wir einen weiter ah das ist mein weiteren Würfel das ist sehr gut so dann mach ich einmal hier ich glaube du kannst da jetzt rauskommen die dürften wir glaube ich nicht mehr brauchen na komm mal raus dann mach ich mich da hoch whoops au au uff hey was haben wir hier das ist ne Auflöseband ein Knopf und ein Zeilenschalter der was macht das ist die gute Frage ja guck mal ich drücke mal hier drin gar nicht warte mal ach ah sehr gut ja nochmal ähm drück nochmal drauf nein nein drück nochmal drauf ok jetzt hab ich den Würfel hier und jetzt haben wir drei Würfel mit denen wir die Tür öffnen können ach soo stimmt wir brauchen den Laser gar nicht mehr uh ich dachte wir brauchen den Laser noch bei der Armwisser anscheinend nicht das ist ja nice außer es geht jetzt noch irgendwie weiter aber ich glaube das äh das glaube ich auch nicht der Laser ist sowieso ausgegangen ja ah nice super oh gut das schreit doch die sind wirklich gut die Kammern nicht besonders fies gesetzt und das ist ganz gut so sondern gut lösbar aber musst du schön ein bisschen ein bisschen nachdenken ja aber jetzt nicht fies oder schieß da auf diesen einen Zentimeter jetzt genau das Portal und da musst du genau richtig springen mit genau der richtigen Geschwindigkeit und dabei noch im Flug das und das Item einsammeln und dann das und das so abstoßen dass es da und da durch dieses Portal fällt ja solche Sachen gibt es ja bestimmt auch ne das hatten wir Gott sei Dank nicht gel rotes speedy pd gel das war für ja das sieht ein bisschen komplexer aus jetzt aber ich denke mal knüpfen und gel machen nein äh äh ok Laser achso ich muss schnell Remote View einstellen ja wieso ok das können wir dann benutzen im rechten Moment deaktivieren dass hier jemand rüberkommt ja wofür wofür ähm scheiße geht nicht ah ok wir müssen den schau mal wir müssen den irgendwie hier durchdringen warte mach den ach das ist auch ein Zeitschalter warte mal genau so lass das mal so an ja wie es gerade hat es die Portale so oder der ist einfach durchgefallen ja ist doch gut ah ja da bestimmt schon das wird dann boah ist das knapp nice äh ja was passiert jetzt achso das macht gel ah gelipopeli hallo hallo hä das reicht schon warte mal ach ne schau mal hier oben einfach mal großflächig überall ja hui jee ähm ja ich würde sagen dann springe ich mal und du drückst meinen Knöpfer ich glaube schon mal hier du kannst einen verlängerten Weg nehmen wenn du durch dieses Portal gehst ach so ok drück 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 ah verdammten ruchte eine Sekunde zu spät wolltest extra knapp machen was ja natürlich ein bisschen Chowdown ja natürlich ein bisschen Chowdown und drück drinnen nice ja ich bin auch noch gleich hinterher gekommen boah auch schön kaputt auch wieder sehr kommt es eigentlich ja einfacher als es im ersten Moment aussah ja ja es war schon kammer 6 da haben wir wieder ein paar übersprungen da haben wir da gab es mal wieder ein paar nicht egal ach ja kommen wir umso schneller durch genau ob so wir werden fertig hast du eigentlich die Uhr im Blick ja 12 ok natürlich ab und zu denke ich auch mal dran da hast du nie schon mal einen guten Aspekt voraus kammer 65 French ah schau mal Friendship ist Magic 7 das steht sogar drüber ja nice ok mehr Gehle mit Wasser hey das ist lustig aus kann ich jetzt das blaueixed noch aktivieren warte mal warte mal warte mal Wo kann ich das blaue hier schau mal hier muss sichnego bestimmt das blaue yeah but aber schon mal auf der anderen Seite auch warte mal, noch mehr blaues gel warte mal, ich muss schnell Remote View aktivieren hat ja irgendwie schon was sieht gut aus was passiert eigentlich, wenn wir das jetzt wenn du das jetzt, Moment, warte mal das drückt sich alles runter na, das ist orange schau mal blau und orange gleichzeitig wow, nein, nein, nein das wollte ich so nicht also wir brauchen ganz bestimmt hier auf dem Ding hier ein blaues und dann hier ein orangenes so wie immer halt, dass wir da irgendwie rüberkommen oh, schau mal, da geht's auch irgendwie entlang ähm, ich glaube, das wird so nicht funktionieren au nein, wird es nicht ich hab mich im Glitter da oben gegrillt schau mal, da oben kann man ein Portal hinsetzen ach so aber man selbst wir könnten dann auch hier oben kommen aber da ist so ein Gitter im Weg okay ähm wir haben hier noch mehr rote Paste wow noch mehr rote Paste Wand, würde ich sagen reicht dieser auch reicht das hier, der Anteil? ne, hier hinten, an der Wand ja, okay, da müssen wir hier noch ein wenig was machen warte mal das meinte ich ja gerade bevor ich runterbeschütze bin tot ach so, ja, wir haben hier oben auch wieder schön zum Gel verteilen ähm meinst du, ach so, ja gut einer rennt reicht das? okay, bestimmt okay, wir sind auf der anderen Seite einmal ist nichts und einmal ist zwei Würfel und knapp zwei Würfel brauchen wir okay was passiert da? äh drück nochmal ne, ich dachte der Laser geht vielleicht aus der Rümbau aber nicht wirklich hä? das muss doch irgendwo hinführen hinführen das Ding, das geht hier so hoch da hinten entlang und hier irgendwie oh, okay drück nochmal hä? hast du es gesehen? drück nochmal okay, hier löst sich das Auflösungsgitter auf ah, okay Mist Mist das heißt Mist, einmal müssen zurück wir kommen nicht mal ja, ich geh mal zurück okay ja, aber das bringt da auch nichts egal, wo du gehst oder nicht wir brauchen erst die Würfel ich drück hier nochmal alle Schalter okay da sind die Würfel waren da noch mehr Schalter? da war ein Schalter, den wir übersehen haben und wir haben beide Würfel bekommen oh oh so, ähm jetzt musst ne wie bringen wir die Würfel da drüber? ja, hier das ging hier oben hier oben warte mal aber das ist dumm da rüber irgendwie? ja oh, warte mal das wird nicht, weil da ist das Gitter warte, nein, aber wir können Gel drüber durch wir können Gel durchschließen und dann? warte mal das bringt aber nichts kommst du jetzt über das Gitter drüber? da können wir nämlich einfach mit den Würfeln drüber springen nein achso, hier nee nee, das reicht nicht ich vermute das mal man könnte hier wieder rot blau hinmachen und rot aber nee, auch nicht das würde uns ja nichts bringen, oder? nee, nee, nee nee, das geht gar nichts hier wir müssen hier oben irgendwie dieses rote und das Auflösen-Gitter wegrehen lass mich das mal ausprobieren hier nochmal nein ah, dammit ich muss hier noch schnell ähm, Orange nachfüllen ich komm gleich ja das machen die ganzen Schalter da drüben ich komm doch mal zu ja, ich kann hier drüben nichts machen ja ähm machen wir die Kammer zu Ende oder machen wir einen kleinen Cut? okay, dann machen wir hier an der Stelle einen Cut okay dann bis zum nächsten Mal und wir sehen uns in der nächsten Folge ciao ciao